In der Nacht auf gestern waren Sterne zu sehen, minutenlang sogar der Mond. Bitte Ruhe bewahren. Offenbar ist die Straße noch immer gesperrt. Es sähe Wüst aus. Der Bach habe sein Bett jetzt anderswo. Der ganze Birkenwald sei weg. Ein Weg ist ein Weg. Auch in der Nacht. In den letzten zwei Stunden ist der Geiser nur noch gegangen, ohne wissen zu wollen, wo er sich befindet. Heute ist Dienstag. Heute ist Mittwoch. Es ist also Samstag, drei Uhr nachmittags. Es ist nach Mitternacht gewesen, als der Geiser von niemandem gesehen zu Hause angekommen ist. Untertitelung des ZDF, 2020